Stell dir vor, du hast gerade eine wichtige Tabelle in Microsoft Excel erstellt und plötzlich stellst du fest, dass das Datum in englischer Sprache angezeigt wird. Wie können wir das nun schnell lösen? Angenommen, wir haben Daten, welche teilweise oder ganz mit dem amerikanischen Datum, Monat, Tag und Jahr mit Schrägstrichen getrennt, wie man es hier sehen kann und wir wollen diese in die europäische Norm mit dem Punkt sozusagen darstellen. Keine Sorge, mit ein paar einfachen Klicks kannst du das ganz schnell ändern, ohne Makros oder VBA-Programmierung. Dazu sehen wir uns gemeinsam drei Methoden an, wie du diese eben lösen kannst. Sehen wir uns Methode 1 an und zwar über das Datumsformat. Die Formatierungslösung ist die schnellste Lösung, insofern man sie einsetzen kann. Die Werte müssen nämlich dazu als Datum in Excel gespeichert sein. Angenommen, in diesem Beispiel sehen wir nun, dass in der Spalte G das Datum in einem amerikanischen Format hinterlegt ist und wir könnten dieses nun mit einem Rechtsklick und anschließend im Bereich Zellen formatieren. Nun unter den Kategorien im Zahlenformat auf Datum, unsere gewünschte Datumsdarstellung wählen. Wichtig dazu, das entsprechende Gebietsschema auswählen, in diesem Fall Deutschland. Nun möchte ich sozusagen diesen Wert, dieses Datum mit Punkt sozusagen darstellen, Tag, Monat und Jahr. Wenn ich das nun durchführe, passiert nichts. Der Hintergrund ist, dass nun in dieser Microsoft Excel Datei dieser Wert als Text hinterlegt ist und nicht als Wert. Was bedeutet das? Sehen wir uns dazu folgendes Beispiel an. Angenommen, ich gebe hier die Formel ein für das heutige Datum. Dann erhalte ich nun das aktuelle Datum und wenn ich nun das Format ändere, das kann ich auch hier im Zahlenformat und gehe hier auf Zahlenformat. Dann erhalten wir eine Summe bzw. eine Zahl und das bedeutet, ich habe in Microsoft Excel das Datum in einem Wert vorliegen. Aus diesem Grund kann ich nun dieses Format in beliebige unterschiedliche Formate darstellen. Beispielsweise wenn wir wieder auf Datum gehen und ich wähle nun ein anderes Gebietsschema aus, zum Beispiel Englisch. Nehme dort nun das Format mit den Bindestrichen, so kann ich das ganz einfach formatieren. In unserem Beispiel ist das leider nicht möglich, da nämlich nicht der Wert dieses Datums gespeichert ist, sondern diese als Text hinterlegt ist. Somit können wir mit der Methode 1 das Problem hier nicht lösen. Und das führt uns auch dann zur Methode 2 und zwar das Lösen über eine Formel. Bevor wir weitermachen, bitte diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Die Formellösung ist etwas kompliziert, wenn man es das erste Mal machen muss, kann jedoch ohne weiteren Aufwand immer wieder verwendet werden. Ich habe dazu auch im Video, darunter in der Beschreibung, euch die Formel hinterlegt und könnte damit einfach in eure Anwendungen übernehmen. Wie sieht die Formel aus? Die Formel sieht folgendermaßen aus. Diese habe ich hier unten bereits angegeben und auch in diesem Video unter der Beschreibung bereitgestellt. Darüber hinaus habe ich auch uns eine Dokumentation zu allen drei Methoden auch unter dem Video zu finden, das ihr jederzeit sozusagen verwenden könnt, wenn ihr die Formel nachschlagen möchtet oder einer dieser drei Methoden. Nun kommen wir zur Formel, diese kopiere ich nun heraus und füge diese dann entsprechend ein und erhalte nun das Format in Tag.Monat.Jahr. Wichtig zu wissen ist, diese Formel wirkt sehr komplex, ihr müsst sie auch nicht im Detail verstehen. Wichtig ist, die wesentlichen Funktionen einzuordnen. Und zwar wird im Wesentlichen diese Textzelle übernommen und in ein Datumsformat umgewandelt. Das kann aber nur dann korrekt erfolgen, wenn ich dieser Funktion Datum, welches drei Parameter hat, Jahr, Monat und Tag, entsprechend parametrisiere. Und das erfolgt nun in diesen kleinen Abschnitten hier, indem ich das einfachste, zum Beispiel das Jahr, mit der Funktion rechts die ersten vier Ziffern übernehme. Damit weiß ich sozusagen, habe ich das Jahr bestimmt. Und analog erfolgt dann sozusagen die Findung für die weiteren Parameter, zum Beispiel das Monat, welches hier über diese Funktion durchgeführt wird, für das Monat. Und zu guter Letzt der Tag mit dieser Funktion. Wie ihr seht, könnt ihr nun nach Anpassen dieser Formel, ihr müsst im Wesentlichen nur, in meinem Fall ist G2 sozusagen die Quelle oder die Zelle, die umgewandelt werden soll. Die müsst ihr dann entsprechend anpassen. Und wenn ihr das durchgeführt habt, könnt ihr nun ganz angenehm diese Formel für alle weiteren Datumswerte anwenden. Nun kann es sein, dass man jedoch auf Methode 3 ausweichen möchte. Die Methode 3 ist Text in Spalten Lösung, so nenne ich das. Und zwar, wenn man nur einmal die Konvertierung oder Umwandlung machen muss und es einfach schnell gehen soll, so kann man das amerikanische Datum auch mit der Text in Spalten Funktion von Excel umwandeln. Wie sieht das aus konkret? Dazu lösche ich nun, oder ich behalte diese und nenne diese Datum in Deutschland. Und zwar markiere ich die entsprechenden Werte, die ich umwandeln möchte, Datumswerte. Füge diese in ein Notepad hier ein, kopiere diese im Anschluss wiederum in die Microsoft Excel Datei und habe dort unten, rechts unten, ein Menü und zwar einen Textkonvertierungsassistenten, den ich verwenden möchte. Ich führe diesen aus und habe dort drei Schritte, die ich anwenden muss, damit ich sozusagen zu meinem Ziel komme. Als erstes können wir den ersten Schritt mit Weiter bestätigen und nun kommen wir zur entscheidenden Auswahl. Und zwar möchte ich meine Dateneingabe sozusagen trennen lassen und zwar durch diesen Backslash und habe dann als Ergebnis drei separate Spalten. Ich führe das aus, bestätige mit Fertigstellen, habe nun diese drei Werte sozusagen aufgelöst. Ich mache noch ein einheitliches Format, muss hier noch angeben, den Tag, das Monat und das Jahr. Als nächstes kann ich nun diese drei zu einem Datumformat zusammenfügen, indem ich schreibe Datum und gebe nun das Jahr an, das Monat und den entsprechenden Tag und erhalte nun wie gewünscht auch hier das entsprechende Datumformat. Als Fazit wähle einfach die Methode aus, die am besten zu deinem Kenntnisstand und deiner bevorzugten Arbeitsweise passt. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass uns einfach ein Kommentar. Wir werden versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.